Der Mitsubishi Space Star ist der kleinste und billigste Mitsubishi und wurde für 2020 aufgewertet. Europa-Premiere hatte der neue Space Star auf der Vienna Autoshow im Jänner 2020. Der neue Space Star ist auf 3,85 Meter Länge gewachsen. Er trägt nun die neue Markenfront mit dem sogenannten Dynamic Shield Gesicht. Am Heck gibt es auffällig bullige Stoßfänger und nach wie vor einen markanten Heck-Spoiler. Bislang war der Space Star für sein einfaches Interieur bekannt, nun soll das dank neuer Materialien für Sitze- und Türverkleidungen besser werden. Außerdem gibt es ein überarbeitetes Cockpit mit 6,5 Zoll Touchscreen, wo alle Multimedia und Navigationsfunktionen gesteuert werden, inklusive Integration für Apple und Android. Nach wie vor 60 zu 40 Teil- und umlegbar ist die Rückbank, auch im Basis Space Star. Zu den Sicherheitssystemen gehören bei der höheren Ausstattung InVide auch ein Auffahr-Warnsystem mit Fußgängererkennung und ein Notbremsassistent. Zwei Dreizylinder-Benziner stehen zur Wahl, 1 Liter 71 PS und 1,2 Liter 80 PS. Für letzteren gibt es auf Wunsch wieder eine CVT-Automatik. Die Listenpreise sind selbstbewusst und starten bei 11.990 Euro für den Inform mit 71 PS, Klimaanlage inklusive. Der 80 PS starke InVide mit unter anderem Leichtmetall-Felgen und dem Touchscreen-Navi-Multimedia-System beginnt bei 14.990 Euro. Mitsubishi hat jedoch für den Marktstart im März 2020 Aktionspreise ab 8.990 Euro angekündigt.